Hier ist einem mehr als nur ein bisschen ans Herz gewachsen. Es ist mir auch nicht leicht gefallen, ihn hier hinzubringen. Also ich hätte nicht erwartet, dass er jetzt so das Golf-Reh wird hier oder auch das Maskott hier von dem Golf-Club. Hätte ich nicht erwartet. Er ist natürlich ein sehr zahmes Reh und schnupperte sich so hier durch die Gegend, schnupperte jeden an. Jetzt gehört er halt zu uns, Mitglied des Clubs. Aber ich glaube, je länger er hier ist, desto weniger wird er mich wahrscheinlich dann kennen. Ich werde immer uninteressanter für ihn. Mit der Damenwelt, die hier wohl noch rumläuft, bin ich auch irgendwann außer Konkurrenz. Manny! Jetzt ist er noch viel zu weit weg. Bleiben Sie ruhig hier, bleiben Sie ruhig hier. Manny, komm mal hier! Was? Manny! Komm mal hier! Komm! Lars! Ich bin ehrlich, ich habe ihn gerade vor Augen verloren. Er ist noch, er kommt jetzt wieder nach uns zu. Er ist noch da, er steht noch vor der Birke. Ah, okay, gut. Ah, okay, ja. Manny! Lars! Gehen Sie ruhig vor die Kamera, dass Sie ihn begrüßen. Ja, aber nicht direkt vor die Kamera, schnell. Komm mal hier, schnell! Ich habe etwas mitgebracht. Komm mal hier! Manny! Komm mal her, guck mal! Komm mal her! Ja, hi! Wo bist du denn hergerannt? Ich bin hergerannt aus dem Atem. Lars! Lars! Nicht hektisch bewegen. Ich muss ans Vorbeilaufen. Manny! Ganz ruhig bleiben. Ich bin herger insects. Komm schon, ich bin herger gosta. Komm schon, wir sind herger geprä番acked. Ich bin vegetaliert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020